Hey ho meine Leute, hier ist eine weitere Folge MTA, mit dabei ist Muffin, was ist das hier eigenartig? Muffin, was ist heute anders? Ja, also, äh, da dick, nein, nicht. Also, sagen wir so, wir haben von dem anderen Server erstmal eine kurze Pause, aber damit, wir werden auch wieder darauf aufnehmen, aber wahrscheinlich im Wechsel. Also, zwei Videos erst von dem Server, dann vielleicht wieder mal zwei von dem anderen und so weiter. Und ja, sei es so, dass ihr da schon mal feststeht. Und ja, hier sind wir halt Medik, beide. Weil wir cool sind. Warte, warte, warte. Während der Fahrt will ich noch einen abspritzen lassen hier. Das ist kein Pfefferspray. Doch, okay, Pfefferspray. Du bist Pfefferspray. Das ist mit LV, die Meldung gerade. LV schaffen wir jetzt nicht in deinem Internet. Ja, wir werden schon nach LV, Alter. Ich werde jetzt garantiere keinen Falle. Alter, wo du mal lang fährst mit dem scheiß Medikon. Da fahr noch da auf dem Blaulicht. Ja, mit dem. Und jetzt zeig dir meine neue Fahrt, die ist so hoch da. Weiß, du kannst einfach geradeaus fahren, wenn du mal. Ich hab zwei Wunder, mega. Ich weiß, die andere hätte andersrum gegessen. Ich wollte dich nicht. Die wäre da genau auf, runter. Du ludig. Weiter. Lass die Sirene aus. Zumindest wenn kein Notfall ist. Ja, gut, das ist eine, aber trotzdem. Trotzdem kriegen wir nicht mehr. Jetzt ist er tot. Die Mokko ist gestorben. Hä? Die Mokko ist gestorben. Ja. Oh Gott. Ich seh ich's schon vor mir. Mokko und ich. Einsam auf der Straße. Nee. Von der Straße. Von der Straße. Der Krankenwagen, das ist ja, der Krankenwagen, das ist ja, der Krankenwagen kann hier 200 Kammer, ey, warum stellt sich alle oben und auch auf? Ja. Bampoverfall? Da oben. Da oben. Die sind ja mitten im Meer Pampfen. Dann ist das Mafiagebüt. Ja, ich weiß, geradeaus? Bist du geradeaus? Ja. Alter, ich dreh mich da erstmal in Kreis. Ja, ich kann immer eine Döse von euch auch. Laberkeil. Doch, haben wir gesehen, wenn wir wieder durch die Stadt verarschen, und die Feminemie ertönt würde. Da fahre ich einfach mal in Kreis. Langschaft. Heute wird's geil, oder? Mann, ist das ein Pro. Du musst dich da eisgeil hinstellen und dann verpassen, mir liegt's im Einsatz, bla bla bla. Aua. Meine Ohren tun weh. Blut. Komm Jungs, wir machen Party. Komm Jungs, wir machen Party. Komm Jungs, ich hab zwei Euro bekommen, wir machen Party. Halt. Das ist nicht falsch. Ich geh auch auf Falsch, Parker. Ja, du gehst. Triaden. Dreh mir die Gläubige und gehen einfach mal eben. Ja du. Muss du? gar nicht hört. Ah, Notfall. Ja, wieder oben im Ding. Hier, Happy Menü haben die aufgenommen. Jetzt fährt der Pro. Alter. Hört auch noch an. Hört auch noch an. Hört auch noch an. Jetzt kannst du nicht laufen. Junge, der will da rum. Geht aber nicht, wenn du weiterfährst. Alter. Jetzt soll er mich hier auch noch zupacken. Ey. Mann! Alter. Boah, Junge. Ja, dann steig ich jetzt auf Harn und Seite ein. Ehrlich. Oh, Junge. Hihihi. 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 Hinten rein. Nein. Will hinten einsteigen. Wenn du jetzt nicht still bleibst, werde ich dich das Ganze nochmal falsch gucken. Junge, du steigst jetzt hinten ein. Ok, an den Wiese, take care. Der steigt aus. Toll, und mit welchem Fahrzeug soll wir jetzt rumfahren? Ja, hier steht irgendwo mal daneben mein Auto vor oder immer. Ja, ein bisschen spazieren gehen wir halt heute. Ach, leider. Wir sind hier wenig zu Fuß. Hier sind auch Streife. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Lassen wir die Polizei Autos klauen. Ja, egal. Von jetzt. Medik-Base. Also, laufen. Ja, da meinte ja einer, die nicht lachen zu können. Das ist für der Hacker. Hallo, Gucken. Armada vorne. Ist das ein Roller? Ne, Harley. Guck, da rennt einer. Komm, lass mich mal zusammenhauen. Komm her. Scheiße, das ist ein Harley-Phone. Der Fracki. Wo ist die Baustelle? Ah. Wo? Ah, warte, 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 warte. Halt mal an. Komm zurück zur Baustelle. Vielleicht. Ohhh. Hach. Hach, zumor, guion. Toil, jetzt ist schon wieder einer gestorben. Oh, oben. Oh, nur wegen dir, Alter. Da gibt es kein Wasser hier Ich glaube, ich habe nicht bekommen Ich bin geflogen Das ist natürlich gerade kacke In der Aufnahme In der Server Ich glaube, hier schreibt mein Internet Ein bisschen raus hier Okay Haben die am Anfang Ich bin jetzt sogar schon Bei der Medik-Base Ja, ich glaube Da macht man MTA wieder Mehr in Strich und durch die Rechnung Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Ich glaube 11 Minuten Bisschen schwach Ja, eigentlich Ich wollte die 15 erreichen, aber ich glaube Ich muss hier leider schon die Folge beenden Dadurch, dass ich hier gerade ein Netzwerk habe, ich komme hier nicht wieder rauf Alles klar, aber wenn mir auch ein anderer schlecht wird Machen wir den Restart Gut, ich denke mal, dann machen wir einfach jetzt schon mal einen Kuschel-Kart Äh, beziehungsweise einen Pau- also Bisschen nicht mit euch, haut rein Yo, also ich hab euch lieb, wie auch immer oder auch nicht Was auch immer Tschüss Tschüssi Ich glaube